Und es geht weiter mit Metal Gear Solid V Phantom Pain Heute, Nebenoperation Gefangenenrettung 02 Okay, vielleicht nicht mittendrin, aber so Verbesserte Version, okay Was auch immer verbessert wurde Ich weiß es nicht Was wirst du noch auswählen? Ich bleib erstmal dabei Und am Morgen Und wenn wir diese Missung machen, lasse ich mal wieder ein paar Kassetten abspielen Schon wieder lange nicht gemacht Ich vergesse das jedes Mal Oder ich lasse was abspielen und für gestern die nächsten auch zu spielen, wenn die zu Ende sind Die Sniper known as Quiet is lurking in the Afghan wilderness This Quiet has performed a string of hits on Soviet officers The attacks always occur in the same area But sweeps of the area turn up no traces whatsoever They've even posted guards, but they never spot a thing And then before you know it, another body is lying on the ground You ever heard of someone who operates like that? No matter how still and silent a person tries to be They always create some kind of ripple Be it breathing, heartbeat, eating, excreting, body temperature, sweat But if this sniper can really vanish completely That's just not human I guess Quiet is the right name But what is Quiet's objective? The local guerrillas wouldn't use this kind of tactic Just can't see them hiring some superhuman mercenary And the Soviet officers who've been killed They were all opposed to or skeptical of The secret weapons development being conducted in the area Sure, they were a problem for those supporting it But the Soviets have nothing to gain by killing them So we have an assassin with superhuman combat skills Who isn't working for the guerrillas or the Soviets Miller has a theory That this sniper is a hitman for Cypher He thinks it's time we silence Quiet for good But I'm against the lethal treatment I say we bring the sniper back alive and break that silence Because even if this Quiet doesn't say a word There's still plenty we can learn Just remember this, boss If our hunch is right You'll be on this sniper's hit list, too If things seem a little too quiet when you're in the field Watch out Quiet's out there somewhere And if possible This is one sniper I want back here breathing No, 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 no No, no, no You got to extract him You got to extract him I have to wait for 1000 years I have to wait for 1000 years I have to do something here I can do something here And once I can do something in the next menu When Quiet first came here she demonstrated her marksmanship against that enemy fighter plane Es zeigt sich, dass sie viel mehr als deine kraftwerke Schmerzen war. Hittet eine Bewegung von 600 Metern ist eine Herausforderung, aber es ist möglich, mit dem richtigen Training und Equipment zu tun. Aber das Missile schießt, das ist eine Welt entfernt von einem Soldaten auf dem Patrol. Die Schmerz und die Missile waren in Bewegung, mit verschiedenen Vektoren in höhere Höhe und 3-Dimensionalen Raum. Und sie schießt ein Unguided-Bullet, der hatte zu kämpfen Air-Resistanz und Gravität. All das, während der Schmerz in evasive Maneuvers wurde. Einige der besten Target-Leading, die ich jemals gesehen habe. Sie hat einen super-humane Gefühl der Spatial-Awarenese. Du siehst sie in einen Krieger-Jet und sie wäre ein Ase, direkt auf der Bade. Deine Verwaltung war auch Top-Klasse. Verwärts, dass sie diesen Piloten wegnehmen könnte? Das ist schnell zu denken. Du und Quiet können ein helles Team machen. Das wäre verdammt unstoppbar. Quiet ist noch in ihrer Zelle. Hier war ich doch auch schon. Gar nicht mal so lange her. Ja. Ja. Du hast sie eine Öffnung. Und? Ja. Sie hat dich noch nie zu tun. Und ich liebe es zu sagen, aber sie hat viele Möglichkeiten. Du hast mich die Bade. Der Bade. Der Bade. Was besser? Der Bade. 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 Dramat. Der Bade. Der Bade. F leaving, 차ben. Der Bade. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich höre ein Auto. Hier flüchten solche. Sie haben Angst vor mir. Du musst ihn erhebieren. Hilfe! Hilfe! Das ist der Ziel. Das ist nicht besonders gut. Danke. Ich habe immer geholfen. Ich habe immer geholfen. Ich werde die Führung unter den Rechnen gehen. Ich werde ein Auto geben. Das sind die Führung abgerufen. Ich habe immer geholfen. ich hätte jetzt nicht gedacht dass ich den noch trefft schlecht sehr schlecht war ich nicht irgendwie gerade da oben ist Das ist KB in die Gegenwart aussehen. Wir haben eine Spannung aus dem Land. Wir sind in der Basis. Wir sind eine Spannung. Das ist KB-4. Wir sind hier in der Spannung. Wir sind in die Zollung. Wir sind in die Verbindung. Wir sind in die Beziehung. Das ist ein Schuss. Wir sind in der Zollung. Das ist KB. Wir sind in die Schmerze. Entschuldigen Sie, Vröger! Endlich! Bitte wählen Sie einen Schraubpunkt. Verbrauchungen an. Scheiße! Verbrauchungen an. Stopp! Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! Mann, wo ist mein Schalldämpfer? Alter! Hat er mich jetzt wirklich gesehen? Okay, das wird nix. Ich bin weg. Ich bin weg. Halt ihn! Er kommt in den KF! Ich bin weg! Sie sind in den KF! Ich bin weg! Halt ihn! 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 Hö! Gehen! DKP, понял. Provерьте, но осторожно. Koniec связи. Das ist Fihon! Auf Station at LZ! DKP, DKP! Wir sehen uns, dass wir uns nicht mehr sehen. Wir werden uns nicht mehr sehen. Wir sehen uns! DKP, DKP, DKP! DKP, DKP, DKP! DKP, DKP! DKP, DKP! DKP, 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 DKP! DKP, DKP! Okay, Rohdiamanten. Lange haben wir keine mehr gefunden. DKP, DKP, DKP! So, Belohnungen. Fehlgeschlagen. Kein B-Personal. Fulton-Gerät? Entwicklung. Clouds approaching. Wie weit sind die Waffen, die ich eigentlich vorhin in Auftrag gegeben habe? Lampe, Laservisier, okay. Habe ich jetzt wirklich ein neues Fulton-Gerät, was ich hier entwickeln kann? Haltbarkeit, verrierte Wartezeit, entführbare Munition. Auf jeden Fall. Scheiße, das hat all mein Geld aufgebraucht. Entwicklung complete. Das war nicht schön. Anpassen. Waffen. An Feuerwaffen. Leise Pistole. Voraussetzung für Benutzung. Warte mal. Zehn, achtzig. Oder war das die hier? Tebi. Die hier war das. Oh, jetzt habe ich hier einige. Wo sehe ich hier die Haltbarkeit? Haltbarkeit gering. Achso, okay. Mittel. Also der hier. Also das Ding hier muss ich ausrüsten. Nein, wieso abbrechen? Achso, ich muss auf okay. Anpassung anwenden. Moment, ich werde hier nochmal Farbe etwas ändern. Gar nicht mal so leicht, da irgendwas zu finden, das man gerne drauf haben möchte. Nehmen wir das. So. So. Ach du Scheiße, da sind schon drei Teams wieder voll. Jetzt kann ich aber auch nicht mehr warnen, ich habe kein Geld. Toll. Und selbst dann würden mir wahrscheinlich wieder Materialien fehlen. Noch mal ein paar externe Aufträge annehmen. GMP auf jeden Fall brauche ich unbedingt. Herr damit. Herr mit dem scheiß Geld. A bis E. Freiwillige. 85% ist das hier das höchste. Gut, dann beende ich die Folge hier und wir machen dann in der nächsten Folge wieder eine Nebenoperation. Elite Soldaten 02. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.